Hallo ihr Lieben, mein Name ist Denise Incesak und ich bin die Anwenderin der Refik-Kolkmaß-Lehren. Die Refik-Kolkmaß-Lehren bestehen aus drei verschiedenen Modulen und in dem ersten Modul erlernt ihr eigentlich alles über unsere Welt und die fünfte Dimension. Da wir hauptsächlich mit der Sprache des Unterbewusstseins in allen drei Modulen arbeiten, ist hier hauptsächlich die Rede von den Symbolen aus der Natur und natürlich die Tiersymbole benutzen wir. Jetzt werdet ihr euch fragen, ja okay, was machen wir damit? Wir wissen, dass diese Symbole alle einer Frequenz dienen und diese Frequenz ist weltweit bei allen Menschen gleich. Und diese Frequenz sitzt in unserem Unterbewusstsein und wir kitzeln dieses Unterbewusstsein ein bisschen heraus und versuchen somit Leuten mit Ängsten, Depressionen, die auch körperliche oder seelische Beschwerden haben, diese zu bereinigen und die Schmerzen zu lindern. In dem zweiten Modul bringen wir dies unserem Verstand bei und dort lernen wir eher, wie man mit energetischer Arbeit gezielt arbeiten kann. Und in dem dritten Modul bringen wir quasi unserer Seele bei, wie man mit der energetischen Arbeit Heilung durchführen kann. Falls ihr diesbezüglich mehr Fragen habt oder auch gerne mal Infos haben wollt, meine Telefonnummer lautet 0175 64 12291. Ihr könnt mich auch gerne über WhatsApp erreichen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald.